Es ist natürlich etwas anderes, hierher zu kommen zu dem Sommerhaus in Finnland, was im Nichts steht. Es gibt keinen Strom, es gibt kein Wasser und dann auch mit Freunden hier zu sein und über manche wichtige Sachen nachzudenken. Ich bin Tim. Ich bin Jonas und wir haben zusammen ein Sommerhaus in Finnland gebaut. Der Entwurf ist quasi ein modularer Entwurf. Wir haben Holzmodule vorgefertigt, per Traktor hier angeliefert und sie dann über den Steg zu zweit, teilweise auch mit mehr Leuten befördert. Der Steg ist ungefähr 180, 200 Meter lang und führt durch das Waldgrundstück, als auch sozusagen über den Sumf rüber. Das Sommerhaus ist letztendlich 26 Quadratmeter groß, das ist sehr minimal geplant und das Budget ist bei ungefähr 12.000 Euro gewesen. Einerseits war es uns natürlich wichtig, das Haus dezent zu haben, dass man nicht ein Ufo hier in den Wald setzt, sondern eher etwas, was sich einfügt. Andererseits kann man aber sich sehr, sehr gut in der Landschaft umschauen, weil man die verschiedenen Blickachsen hat und diese auch bewusst gelegt wurden. Die Raumabfolge ist insofern, dass wir den eigentlichen Küchen- und Wohnbereich zu Beginn haben, der eigentlich auch das Leben trägt von den Nutzern. Das Schlafzimmer ist klassisch eben nach Nordwesten ausgerichtet und somit eben schon sehr ruhig, also etwas Abendsonne kommt vielleicht noch rein und später mit separaten Eingang die Sauna, die auch ein Ruhezentrum ist. Das Klohaus ist in drei Meter Höhe, weil wir halt zufälligerweise, als wir den Ort uns erkundschaftet haben, einen Elchbaden gesehen haben. Und Tim stand auf einer Leiter und hat halt den Elch gesehen und ich stand auf dem Boden und habe ihn halt nicht gesehen. Und dann war halt die Idee gekommen, dass wir das Klo auf drei Meter Höhe setzen. Wir sind auf einem Sumpfgebiet, was sehr empfindlich ist und dementsprechend war es uns auch sehr wichtig, ökologisch zu bauen. Sowohl unsere Baumaterialien als auch irgendwie das, womit wir heizen, ist klimaneutral, ist es Holz, es wächst super schnell nach, ist es lokal und es macht ein angenehmes Wohnklima. Allein in den vier Sommern, die wir hier gearbeitet haben, haben wir uns extrem weiterentwickelt, was unsere Fähigkeiten angeht. Der Lernprozess war eigentlich sozusagen auch ein bisschen das A und O. Auch wenn immer wieder so Kritik kam, war eigentlich so irgendwann mal dieser Punkt da, dass wir einfach gesagt haben, einfach jetzt ziehen wir es durch. Wir warten nicht fünf Jahre oder sowas, bis wir dann ein stabiles Einkommen haben und dann aber keine Zeit mehr beispielsweise, sondern einfach so loslegen und machen. Es sind eigentlich zwei Studenten gewesen, die halt so 24 waren und am Ende steht das Ding und das dicht. Also das ist halt doch gut, ziemlich, hätte man vielleicht auch nicht gedacht.